doch aufgewacht hier ja leute und herzlich willkommen zu leiser 4 2 heute werden wir uns mal das letzte vermutliche letzte kapitel ansehen ja das ist ja schon voll wieso liegt denn hier immer noch eine keine ahnung wir werden es gleich rausfinden was hier jetzt passiert fahrer an endless see stretching into eternity restless roaring terrifying for years he has learned to hide to flow with the tide to pretend to be one with the void but now that a flame has been lit he knows there is no other way too soon to let go too late to turn back and the eyes of eternity are once again upon him he stares back akt 5 haben wir schon mal trotzdem noch einen mehr und let's go aber das ist doch ehre ich habe mich selbst zerstört um süßes oder süße wow bitteres für die verbitterten bitteres für die verbitterten oh shit oh shit Das ist ja das Monster. Ja. Okay. Interessant wie im Fall. Jetzt geht es hier richtig ab irgendwie. Ja. Und zwar dieses Monster. Das ist ja das Problem. Was geht jetzt hier eigentlich ab auf diesem Gesicht? Ich dachte es ist gesunken. Das ist doch schon ein Monster. Den würde ich nicht mehr einsteigen. Ich sag wie es ist. Aber ganz ehrlich es sieht geil aus hier alles. So ist der so klein. Die sieht so ein bisschen aus wie das Schiff von David Jones. Wisst ihr was ich meine? Das sieht ja auch so aus weil die größten Teils nur unter Wasser sind. Ja. Oh das ist okay. Hallo. Ich glaube wir sind da. Oh, das haben wir doch auch schon mal gesehen. Das ist das Zeichen für SOS. Sie sind gebaut, aber einige Wälder gehen tiefer, so viel tiefer. Also natürlich auch sonst. Okay, im nächsten Mal sind wir hier wieder irgendwo. Wie lange ist es her? Ich kann mich nicht erinnern. Die Erinnerungen verschwimmen. Was? Verschwimmen? Ich verliere die Kontrolle. Ich werde immer dünner. Was? Doch gut. Also ne, irgendwann ist es zu dünner, aber egal. Während es immer weiter wächst. Es lässt mich nicht los. Erstmal ein bisschen, oder wer? Jetzt brennt es hier immer noch. Unter Wasser. Realitätsnah. Was muss ich denn jetzt hier hinten machen? Also es ist ganz komisch. Oha. Fricht mich doch nicht so. Es ist ganz komisch irgendwie gerade. Aber wir sind doch dein kleiner Bruder. Oh shit. Oh, wir sollten weiter. Aber wieso? Also sie hat uns, sie mochte uns gar nicht. Sie hat das alles nur getäuscht. Wir waren ihr lästiger kleiner Bruder. Der sie hinabzog. Nicht so nett. Nee. Ich glaube, ich hatte nie eine Chance, habe ich. Jeder uns war. Ich glaube, ich habe das nicht so lange. Immer ist ein sehr lange Zeit. Manchmal ist es besser nicht so sein. Ich habe es komplett verraten. Es gibt kein Platz für mich hier. Nur du. Wer es ist. Ich hoffe, du bist so nett. Ich denke, ich kann nicht. Ich kann nicht. Du, du kannst mich nicht mehr helfen. Nicht mehr. Alles klar. Also, es ist auf jeden Fall... um die richtige Flamme zu erheben. Aber jetzt ist der Spiegel. Es ist fast weg. Es ist verloren. Hoffnung. Just wie du. Ein Leben, das nie deinem war. Tränen, die du nicht träumen hattest. Zu Angst, dich selbst zu sein. Zu schwach, jemand anderes zu sein. Oh shit. Nein. Ich dachte, wir haben jetzt die fertig. Alle. Oh. Oh nein, wir sind wieder hier. Was ist denn los hier? Das mussten wir letztes Mal machen. Als wir in diesem Raum waren. Also, es ist... Nicht... Ähm... Alter, die... Diese Geräusche. Wow. Hier irgendwas. Mal, wir gucken noch mal jedes Bild durch. Nicht... Ich könnte das tun weg. Ich würde natürlich so... Das zu wollen ja. Ähm... Oh. Das ist so ernst. Das ist so richtig. Das ist so richtig. Das ist so richtig. Ähm... also es ist gerade ganz weird das geräusch auch jetzt gehen sie ganz ruhig wollte ihn nicht wehtun ok ja warte mal warte das ist irgendwie ganz komisch alles tue aber bin ich gerade zurückgelaufen oder ich bin gerade maximal verwirrt er hat den einfach erschossen ohne pistole wieder geht ihn hier jetzt los er ab ich muss kurz was trinken bevor wir hier durchgehen so das wird gemacht ähm und jetzt ein das wird auch nicht so gut Oh, viel Gold. Alter, geil. Oh. Er hat uns gerade erschossen. Also, scheinbar nicht, weil wir leben hier noch. Aber er hat auf uns geschossen, zumindest. Vielleicht nur nicht getroffen. Wieso fängt er das so? Was ist denn jetzt hier los? Hier schwebt jetzt irgendwie alles. Sehen wir im Weltall an, oder was? Irgendwann ist die Tür. Jetzt sind wir hier wieder auf einem Schiff. Hallo. Ich bin Quartiermeister. Ich darf hier sein, eigentlich. Warte mal. Oh. Oh. Was? Was ist das? Wo ist das? Wo ist das? Und er fliegt einfach weg. Oh. Wo wir jetzt hier... Oh. Ah, doch wir können auch hier rum. Nee. Doch. Können wir jetzt hier öffnen? Nee, okay. Bringt das irgendwas? Ich glaube nicht. Noch ein Schatz. Oh. Da ist nichts drin. Hier hinten. Wo kam der jetzt? Der Feige stirbt schon vielmal. Ehe er stirbt. Oder eher stirbt. Forever. Also vielmal. Ah, ah. Look. Und so... Wow. Nein. Alter, es ist so schwierig. Das Ding, wir können ja auch nicht zurück. Ja, lol. Wie soll das gehen, Alter? Woa... Ja, das ist doch lauter. Wow. Wir haben es doch geschafft. Ja, das war wieder ganz weird. Wie viele Mal habe ich versucht, die Stückchen wieder zusammenzubringen? Nur um sie zu sehen, sie zu fallen. Geh mal weiter, ne? Ich kann nicht weiter. Scheiße. Was ist denn hier los? Alter, es funktioniert halt irgendwie auch. Ich bin tot. All of us. Wir können nicht immer wieder sein. Ich bin tot. 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 Ja, aber das... Ja, aber das... Also das stimmt ja. Ich bin ziemlich geflasht, immer noch vor dem Game. Was sich jetzt für eine Wendung genommen hat. Mittag. Das Geräusch aus der Tiefe, es wird immer lauter. Stumpf, stumpf, stumpf. Wir sind ärztlich. Okay. Jetzt sind wir hier wieder auf dem Schiff, aber außen. Endlich verstehe ich, dass der Ausweg sich hier befindet. In mir. Mir. Dir. Wer bist du? Also ich bin jetzt Chim... Äh, James. Nee. Jimmy. Oder? Ich glaube, wir heißen Jimmy. Das weiß ich nicht. Wie ist das? Das stimmt. Ich weiß nicht, ob ich James oder Jimmy bin. Aber ich würde sagen, Jimmy. Ähm, ja. Also ich weiß es nicht. Schau an ihn. Das ist, was passiert, wenn du nicht kontrollierst. Ähm. Okay. Wenn du meinst. Kann ich jetzt wieder zurück? Schau an ihn. Schwierig. Formlos. Jetzt stimmt es genau wie du. Wir sind... Endlich ist es kaputt. Das Monster, endlich ist es weg. Aber wir werden früher das Spiel auch so überrechnen. Scheinbar. Oder... Die Frage ist, wer haben wir das? Der Junge, der nie spricht. Der Junge spricht. Hast du die Hunde gefunden? Soon. Die Welt wird wissen. Und es wird mich überraschend sein. Eine Nacht, um mich zu erinnern. Und es wird sich überraschend sein. Schade, ich werde nicht da sein, um ihn zu sehen. Wow. Ganz ruhig. Wieso schade sind sie nicht dabei? Wow. Du rufst. Aber du kennst den Weg? Du bildest einen Charakter. Du zerstörst den anderen. Es gibt keinen anderen Weg. Das ist in der letzten Folge. Du folgst den Grund. Du siehst durch sie. Du kimmst die Strenzen. Es ist ein Feld und hier liegen die Blühstiere. Oh Gott, der ist auf dem Boden. Nichts ist immer einfach. Wenn die Tide riefst, du gibst. Du wählst den einfachen Weg. In der Endeffektion, es gibt keine Recht oder Wreng. Es gibt nur... James! Lilly! James! Listen to me! Du musst gehen! Nein! Ich werde nicht gehen. Ich werde einen Weg finden. Ich werde dich essen. Ich weiß, du wirst. Du bist stark. Stronger als du wissen. Wir werden wieder zusammen. Ich werde dich wiederholfen. Ich werde dich finden. Ich werde dich finden. Ich werde... Ich werde... Hey Leute Alter Wie sind wir mit Lili weggerannt Dann ist irgendwas zwischen uns gefallen Und sie wurde einfach weggesprengt scheinbar Oh nein Leute das war es mit dieser Folge Laiso 4.2 Wir werden sehen was noch kommt Ich bin gespannt Bis zum nächsten Mal Leute Ciao Ciao